Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich möchte euch was Interessantes zeigen und zwar diese beiden Lederstücke, Streifen. Ungefähr 40, 50 Jahre alt. Hier steht noch wasserfest gekittet. Hier sieht man noch irgendwie wie es verlängert wurde. Also hierbei handelt es sich um ein altes Transmissionsrieben, also Treibrieben, welches irgendwelche Maschinen mal antreiben sollten. Das haben sie nie getan. Deswegen sehen die noch so gut aus. Die Kunden haben das irgendwann mal in den Schrank gelegt oder im Keller gelegt. Irgendwann lassen wir uns da mal was daraus schönes machen. Und dann haben sie uns gefunden und wir durften aus diesem Leder Gürtel machen. Hier ist der schmale Gürtel. So sieht das jetzt aus. Wir haben auch diese Aufschriften, die sie hier mal gemacht haben. Das wird wahrscheinlich der Hersteller gewesen sein. Prima, ich weiß es nicht. Hier auch noch mal wasserfest gekittet. Und da haben wir wirklich aus diesem Stück Leder, das ist der Rest davon, diesen schönen Darmgürtel angefertigt. Stahl aus Edelstahl gewählt. Wirklich sehr schlicht gehalten. Ja und der breite Gürtel, wie soll das anders sein zum Thema. Das ist ein Robotgürtel geworden. Natürlich wieder echter Stahl, echte Kohle. Ja und das ist super. Obwohl das so alt ist, noch so ein gutes Leder. Die Kante habe ich natürlich uns entsprechend aufbereitet. Und ich gehe mal davon aus, dass sie wieder 40, 50 Jahre alt werden. Oder sogar älter. Also von den Steinen her auf jeden Fall. Vom Leder her, wenn die ein bisschen Liebe und Fett kriegen, dann sowieso. Ja, wollte ich euch zeigen. Ich packe nachher noch mal ein paar Bilder rein. Und ja, solche interessanten Sachen dürfen wir ja machen. Und ja, wenn du auch sowas irgendwie zu Hause rumliegen hast, dann komm gerne vorbei. Wir freuen uns drauf. Alles klar. Ich bin raus. Ich wünsche dir was. Ciao.